Herzlich Willkommen zu unserer Seminarreihe im Schatten der Wirklichkeit. Für alle, die uns noch nicht kennen oder zum ersten Mal an unserer Seminarreihe teilnehmen, Evidence ist ein unabhängiger deutschsprachiger Verein, welcher vor acht Jahren durch eine kleine Gruppe gegründet wurde. Wir haben uns Islamwissensvermittlung ganz groß auf die Fahne geschrieben. Unsere Arbeit besteht darin, Seminare zu unterschiedlichen islamischen Themen, Lebensbereichen in Zusammenarbeit mit anerkannten und hochqualifizierten Referenten anzubieten. Mittlerweile produzieren wir eigene islamische Fachbücher. Auf unserer Webseite findet ihr weitere Informationen, einen Shop, wo man die Fachbücher und die in der Vergangenheit durchgeführten Seminare erwerben kann. Die Geschehnisse in Teilen der Welt, aktuell in Palästina, Gaza, sind beispielhaft dafür, dass Moral, Ethik oder Völkerrechtslinien unbedeutend und machtlos sind, trotz bestehender internationaler Organisationen. Es drängt sich der Gedanke auf, dass eine andere Wirklichkeit existieren muss, die im Hintergrund durch ein komplexes Gebilde aufrechterhalten wird und sich in allen entscheidenden Lebensbereichen, wie zum Beispiel Finanzwelt, Gesundheitswesen, Bildungsbereich und viele mehr fest etabliert hat. Mit dieser Serie an interessanten Livestream-Veranstaltungen wollen wir durch kritisches Hinterfragen hinter dieses Szenenbild blicken und die Zusammenhänge dieser beiden Wirklichkeiten verstehen und lernen. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil unserer Reihe und wollen zuallererst das Wichtigste für uns erfahren und das sind die effektiven Schutzmaßnahmen in dieser turbulenten Zeit. Dazu haben wir zwei sehr erfahrene Dozenten auf dem Gebiet eingeladen. Bruder Dr. Abdurrahman Reidegeld, mit dem wir schon sehr eng gemeinsam arbeiten. Er hat Islamwissenschaften in Köln studiert und abgeschlossen. Später promovierte er auch an der Uni Köln. Zwischendrin lebte er und arbeitete eine Zeit lang in Oman. Seine Schwerpunkte liegen in Usul-Fucht-Regeln und mehrere islamische Rechtsgebiete wie Erbrecht, Familienrecht, Eherecht und Scheidungsrecht. Seit vielen Jahren ist er Professor an der KPH in Wien. Das ist eine private Hochschule für die Lehramtsausbildung, unter anderem für islamische Religion. Neben der Lehre war auch zuvor unter anderem in der praktischen Fattwa-Sprechung in Oman beruflich aktiv. Abdurrahman Reidegeld hat zudem mehrere Fachbücher veröffentlicht, zum Beispiel das Handbuch im Islam, Al-Mahal, ein umfassendes Handbuch zum islamischen Recht nach den vier Rechtsschulen oder auch sein aktuelles Buch Ich san salihat, die Wohltätigkeit. Herzlich willkommen. Als zweiten Dozenten haben wir Dr. Farid Suleiman eingeladen. Bruder Dr. Farid hat seinen Bachelor in Pädagogik und Philosophie, sowie in Fuch, war Usul Al-Furt gemacht. Anschließend hat er einen Masterstudiengang absolviert und promoviert, beides im Bereich von Islamic Studies. Während seiner Promotion an der Uni Erlangen-Nürnberg war er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl tätig. Seit über zwei Jahren ist er Lehrkraft für Religionswissenschaften an der Uni Greifswald. Vielen Dank an euch beide, Bruder Abdurrahman und Bruder Farid, dass ihr euch für unsere REIF zur Verfügung gestellt habt. Nun zum Ablauf ganz kurz. Wir möchten diese Veranstaltung so gestalten, dass jeder Dozent ca. 30 Minuten Vortrag halten tut. Unsere Dozenten legen auf ganz unterschiedliche Kernpunkte ihren Fokus. Trotzdem kann beide Vorträge mit der übergeordneten Überschrift Schutzmaßnahmen, kann man das verbinden. Und beides ist gerade jetzt für unsere Gemeinschaft, insbesondere im deutschsprachigen Raum, sehr wichtig. Nach diesen Vorträgen haben wir unsere Zuschauer die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Das Ganze wird begleitet durch einen Moderator. Und als Moderator haben wir Issam Bayan dazu geholt. Es ist unsere erste Zusammenarbeit mit ihm. Wir freuen uns darüber und vielen Dank für deine Mitarbeit. Issam ist Lehrer und setzt sich über die Schule hinaus mit Herz für Wissensvermittlung in Informationsverteilung ein. Zum Beispiel gibt er Seminare für Jugendliche und verhilft ihnen dazu, Content Creator auf den Social Media Plattformen zu werden. Und ist auch selber sehr aktiv. Er hat Follower in Größenordnung von ca. 1,5 Millionen auf Facebook und 560.000 auf TikTok. Erstmals bekannt wurde er mit der Musik, genauer gesagt als Nasheed-Sänger und Songwriter. So, und nun haben wir ihn hier in der Runde. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Issam, und überlasse dir das Feld. Danke. Also erst einmal Assalamu alaikum an jeden von euch, auch an die Zuschauer, die dabei sind. Ich habe auch gar nicht so viel zu sagen zu Beginn, denn die Bühne gehört nicht mir, sondern unserem geehrten Gast, verehrten Gast, Abdurrahman Reidegeld. Und ich freue mich, dabei sein zu können und bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich denke, dass genau solche Themen, die heute angesprochen werden, enorm wichtig sind für uns und auch für viele Menschen drumherum. Vor allem für Muslime, um vielleicht auch die Situation etwas besser zu verstehen und vielleicht auch den Sinn zu verstehen aus islamischer Sicht, wie man damit auch umgeht. Ich denke, dass wir viele Sachen heute lernen werden, die man vorher nicht so erfahren konnte. Und deswegen gebe ich die Bühne jetzt ab an den Bruder, inshallah. Und später können wir dann auch noch Fragen stellen, wie das gerade schon erwähnt worden ist. Dann bin ich dann wieder dabei. Und deswegen bin ich jetzt erstmal für eine Zeit lang erstmal nicht da. Und die Bühne ist deins. Deine. Bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Bruder. Vielen Dank, liebes Team von Evidenz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Anwesende. Man kann sich jetzt fragen, wie ist die Verbindung zwischen diesen Themen? Na, es gibt eine ganz klare Verbindung und auch eine alltägliche Notwendigkeit. Denn wir sehen de facto, dass ein Schutz notwendig ist. Und es gibt verschiedene Arten von Wegen, sich eines Schutzes zu vergewissern. Nun ist es so, dass die meisten Leute nicht auf spezielle Methoden zurückgreifen. Einmal, weil sie viele spezielle Methoden nicht kennen. Und zum anderen, weil sie sich darauf verlassen, dass das allgemeine Doa ausreichend ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht ausreichend ist. Aber es gibt erprobte Dinge, die in der Wirksamkeit das Doa zumindest verstärken, um es mal vorsichtig zu sagen. Worum geht es eigentlich? Sehen Sie, der Begriff Schutz ist recht weit gefasst. Es geht auch zum Teil um die Bewahrung. Die Bewahrung von Würde, die Bewahrung von Besitz, die Bewahrung eines guten Rufes, die Bewahrung auch von einer guten Atmosphäre. In manchen Fällen geht es auch de facto um Rettung. Und all diese Punkte werden im ehrenwerten Koran angesprochen. Und ich habe mich für die heutige Session ausdrücklich auf Ayat und Gottesnamen bezogen. Es gibt auch innerhalb der Sunna aus authentischen und gesicherten Überlieferungen natürlich sehr viel Material. Aber das musste ich jetzt zusammenschrumpfen und habe mich darum auf einige spezifische Besonderheiten konzentriert, die ich jetzt auch direkt vorstellen möchte. Und ohne viel Zeit zu verlieren, switche ich gleich zu dem nächsten. Und das sind die grundsätzlichen Ansätze, die man in diesem Thema üblicherweise von Seiten der Fachgelehrten hat. Da haben wir zum einen die Zielrichtungen, die Zielsetzungen und die Ausrichtungen. Eine Zielsetzung ist zum Beispiel Schutz. Die Ausrichtung, eine Person, ein Ort, eine Handlung, eine Arbeitsstelle, ein Wort, was man spricht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Dinge. Sehen Sie, ich mache das mal ganz praktisch. Würde jemand zum Beispiel ein Radiointerview haben und müsste er damit rechnen, dass er angefeindet wird, dass sein Ruf vielleicht auch in den Schmutz gezogen wird, dann muss er das bewahren und schützen. Und dafür gibt es auch Ayat. Insofern teile ich das in drei Bereiche ein, aus denen dann in unterschiedlicher Form etwas vorgestellt wird. Das erste ist Schutz der Person und ihres Umfeldes. Dazu gehört die Familie, Freunde, direkt verbundene Personen. Aber mittelbar auch der Ruf und das Ansehen. Der zweite Punkt ist der Schutz von Gegenständen, allgemeinem Besitz, aber auch das Haus und Orte, die man aufsucht. Das kann auch so weit gehen, dass man zum Beispiel einen Ort aufsuchen muss und fühlt sich an diesem Ort nicht sicher. Dafür gibt es auch bestimmte Rezitationen in verschiedener Form. Der dritte Bereich ist der Schutz vor Gegnern und widrigen Umständen. Und Gegner, das muss sich jetzt nicht besonders, sage ich mal, aggressiv darstellen. Das kann sein, dass man merkt, dass eine Person aus irgendeinem Grunde einem gegnerisch entgegenkommt, in irgendeiner Weise. Vielleicht ist ein Wort in den falschen Hals geraten. Vielleicht gibt es aus früherer Zeit eine Konfrontation, die sich jetzt unangenehm auswirkt. Und all das ist natürlich ein Hindernis, eine Schwierigkeit und so weiter und so fort. Allgemein geht es auch um den Schutz vor Personen, vor Tieren, vor dem Wetter und vermuteten und konkreten Gefahren. Das ist jetzt ziemlich weit gefasst. Wichtig die drei Bereiche, die Person selbst, Gegenstände und was mit der Person zu tun hat, am Ort und Umständen. Und dann alles, was draußen ist, außerhalb dieser Kreise. Das sind die hauptsächlichen Bereiche, in denen man hier islamischerseits vom Schutz spricht. Dann gibt es Wege und Methoden. Hier gibt es eine ganze Reihe von Dingen, von denen ich wirklich nur, fast schon willkürlich, drei Dinge ausgewählt habe. Zum einen eine bestimmte Lebensweise, eine Haltung. Insbesondere das Hinstreben zu den Salihat-Handlungen. Immer wieder betont der Ehrenbet der Koran, betont Allah subhanahu wa ta'ala, dass, wenn eine Person Salih wird oder die Salihat tut, diese Person einen besonderen Ruf und ein besonderes Anrecht auf Schutz von ihm subhanahu wa ta'ala hat. Das ist jetzt einmal eine ganz allgemeine Sache. Ein weiterer Punkt, der Schutz gibt, ist die regelmäßige Dankbarkeit für die Niama. Wie ich das selber von meinen Lehrern mitbekommen habe, die Tatsache, dass sich zum Beispiel jemand hinsetzt, sehr gut ist es, wenn das am frühen Morgen oder am Abend ist, und macht sich langsam, aber sicher klar, beginnend vom eigenen Körper, den Sinnen, vielen anderen Dingen, seiner Umgebung, seiner Nahrung, seiner Gesundheit und so weiter, wie viele Arten von Gnadengaben von Allah, Niama, er doch hat. Und er macht sich das klar und er ist insbesondere dafür ganz bewusst dankbar. Dann bekommt er nicht nur einen Lohn von Allah ta'ala, sondern er wird auch bewahrt in seinen Niama-Formen. Darum lautet ein altes Dua, Allahumma addim al-Niama alayna. O Allah, lass die Niama dauerhaft bei mir sein. Das ist ein Gegenstück für den Dank. Der Dank bewirkt Schutz und Bewahrung der Niama. Das zweite bezieht sich auf die Duas, die man nun speziell mit der Verwendung von Gottesnamen einsetzt und auch speziell überlieferten Formulierungen. Ich werde es aber einfach machen und werde hauptsächlich mich auf die Gottesnamen konzentrieren. Des Weiteren gibt es auch spezielle Rezitationen mit Formen von Salawat, Segnungen für den Propheten Muhammad SAW. Auch das werde ich hier nicht vorstellen aus Zeitgründen. Und es gibt Ayat, die in Aurat-Form rezitiert werden können. Wirt, mehrzahl Aurat bedeutet, dass es mehrfach wiederholt wird und dass man hier nach ein Dua anhängt. Das stelle ich zum Teil vor. Der dritte Punkt ist die Verwendung spezifischer Verhaltensweisen, die in dem Ayat gegen Bedrängnis genannt sind. Dazu habe ich mehrere praktische Beispiele, die ich sowohl praktisch ausprobiert habe, aber auch andere, die aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart bekannt sind und von denen ich hier mit Fug und Recht sagen kann, sie sind erprobt und sie sind gesichert. Allgemein möchte ich hier zum Abschluss des Einführungsteils sagen, natürlich, liebe und geschätzte Anwesende, liebe Geschwister, liebe Interessierte, sie sind ganz frei, was sie verwenden und was nicht. Und ich kann niemanden zwingen, von diesen Dingen überzeugt zu sein. Das ist ganz ihre persönliche Angelegenheit. Aber ich sage Ihnen aus Erfahrungen, aus meinem bisherigen kleinen Leben, es kommt der Moment, wo man dankbar ist für jede Art von Schutz und wo man dankbar ist für jede Methode, weil man nichts mehr in der Hand hat. Und für solche Fälle sind diese Methoden gedacht. Sie sind Methoden, die sich entwickelt haben, teilweise über Jahrhunderte hinweg und sich auch erprobt haben und bestätigt haben über Jahrhunderte hinweg. Und ich würde Ihnen hier nichts geben, was nicht erprobt ist. Sie sind frei, was Sie damit machen. Ich habe insgesamt folgende Teile. Ich habe die Besonderheit des Istirfar, also Allah um Vergebung bitten, die Verwendung von Ayat im konkreten Schutz, die Verwendung von Ayat zur Errettung aus einer konkreten Notlage und die Bewahrung vor Schaden. Das sind einige von ganz unterschiedlichen Themengebieten. Es gibt sicherlich mehr als 20 und 30. Aber ich habe die jetzt ausgewählt, weil in Kürze der Zeit und in Anbetracht dessen, dass ich mich hüten möchte, in die Rechte meiner Kollegen einzugreifen, dass ich einfach in der Kürze der Zeit etwas vorstelle. Beginnen wir bei Istirfar. Diese Ayah, es ist die Ayah Nummer 33 aus der Surah Al-Anfal, hat mehrere Besonderheiten. Das ist diese Ayah, die beginnt mit Diese Ayah hat eine Besonderheit, die nicht alle Leute wissen. Diese Ayah bezieht sich darauf, dass solange der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auf Erden unter seinen Gefährten war, diese Gefährten vor, sagen wir mal, einer bestimmten Bestrafung durch Allah und durch eine Heimsuchung sicher waren. Und ein Gelehrter erklärte mir das. Der erste Teil der Ayah, das, was Sie jetzt hier in dunkel, in schwarz sehen, bezieht sich auf diese Lage. Nun ist der Prophet, alaihi salam, in dem Sinne nicht mehr direkt unter uns. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann bleibt nur der zweite Teil übrig. Was bedeutet, aber Allah würde sie niemals strafen, solange du, gemeint, o Gesandte, unter ihnen bist. Und Allah würde sie niemals strafen, solange sie um Vergebung bitten. Der Gelehrte erklärte mir das so. Angesichts dessen, dass ebenfalls laut kuranischer Aussage dem Propheten vergeben wurde, was voranging von seinen Fehlern und was später folgte, stellt sich die Frage, warum er nach der Überlieferung mehr als 70 Mal Istirfar gemacht hat. Stichwort, fachlich gesehen hätte er es nicht nötig gehabt. Und er sagte, es gibt einen Grund. Er tat das als Vorbild, um zu zeigen, dass vielfache Istirfar machen, beschützt den Menschen. Nicht unbedingt jetzt ihn, er hat einen besonderen Schutz, der Gesandte, alaihi salam, aber wir. Und er sagte, das gilt bis heute. Und tatsächlich kenne ich viele Beispiele von Menschen, die in seltsamen Formen aus unglaublichen Notlagen errettet wurden. Und wenn sie gefragt wurden, haben sie gesagt, wir hatten die Angewohnheit, Istirfar zu machen. Daher kann ich Ihnen das als solches nur empfehlen, Istirfar in jeder beliebigen Form zu machen. Wenn man die Überlieferung ernst nimmt, wäre das ungefähr zu jeder Gebetszeit 10 Mal plus. Und wenn man das eben regelmäßig macht, dann hat man sozusagen die kritische Zahl erreicht. Und man hat einen bestimmten Schutz, der sich auch so äußern kann, dass Allah Ta'ala jemandem ein Zeichen gibt, im Wachsein oder im Schlaf, wenn ihm eine Gefahr droht. Bis dahin geht das. Diese Ayah kann aber auch anders verwendet werden. Und hier sind wir ganz im Thema. Eine klassische Verwendungsart davon ist, dass man zunächst Istirfar macht, ob man nun sagt, Astaghfirullah al-Rafur al-Rakim, oder eine ähnliche Form. Das macht man eine ganze Weile. Danach rezitiert man und man rezitiert diese Ayah, indem man sie wiederholt. Das nennt man Wirt in diesem Fall. Wir wiederholen also diese Ayah. Das ist immer dieser Kasten, der dazu passt. Das bedeutet, ist die Frage des Schutzes durch Istirfar allgemein gemeint? Rezitiert man diese Ayah dreimal? Hat man aber eine konkrete Sache, vor der man sich fürchtet, etwas Konkretes, was befürchtet wird, nimmt man die Zahl 11. Dann wiederholt man diese Ayah 11 Mal. Anschließend, und das ist jetzt bei all diesen Formen so, wird man ein Dua machen und in dem Dua wendet man sich an Allah, mit den beiden Gottesnamen, Yarafur, Yarahim. Man kann, und das ist immer die spezielle Form, durch das man das Ganze noch aufwertet, man kann die Gottesnamen auch in einer wiederholten Form als Wirt setzen. In dem Falle würde man zum Beispiel elfmal die Ayah rezitieren, dann anschließend ein Dua nachsetzen und in dem Dua wendet man sich zu Beginn an Allah, indem man die Gottesnamen in der Anrufung Yarafur, Yarahim 32 Mal wiederholt. In dieser Form ist das eine sehr gute Methode für diese Zielsetzung. Und immer sind diese Methoden so. Die Zahlen sind nach einem bestimmten Muster, was euch durch die Sunnah vorgegeben ist, dort ist bekannt, dreimal, fünfmal, siebenmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal, sechzehnmal, zweiunddreißigmal und so weiter. Es gibt verschiedene Zahlen, die gut belegt sind und die jeweils für einen bestimmten Zweck verwendet wurden. Das ist die Art des Istighfar. Kommen wir zu der Verwendung zum Schutz. Und hier gibt es verschiedene Ansätze. Nehmen wir dieses. Diese Ayah ist der erste Teil der Ayah Nummer 11 aus der Sura Arad. Und hier werden die Schutzengel genannt. Da heißt es, In ungefähre Übertragung, er gemeint, der Gesandte hat Beschützer vor und hinter sich. Sie behüten ihn auf Allahs Befehl. Und die Gelehrten sind im Tafsir der Meinung, dass sich das nicht nur auf den Gesandten, sondern eigentlich auf jeden Menschen bezieht. Man wendet nun die Kraft dieser Ayah an, wenn man sich umgeben will mit einem Schutz. Sie sehen hier auch die Zahlen. Siebenmal wäre das Allgemeine. Sieben bezieht sich hier auf die Zahl der Himmel und der Erden. Und wenn man etwas Konkretes wiederum hat, auch das merken Sie, ist durch die Sonne bekannt, wird man die Zahl 11 nehmen. Also habe ich eine allgemeine Sache, für die ich mich beschützen will, nehme ich siebenmal als Zahl. Habe ich aber eine konkrete Sache, die ich befürchte, nehme ich elfmal. Die Zahl muss also angepasst sein der Zielsetzung. Als Namen passt hier Hafibh Mohid. Hafibh, der Bewahrende, der Beschützende. Mohid, der alles umringt. Quasi der, der mit seinem Schutz mich und das, was ich schützen lassen will, ganz und gar umringt. Das ist die Idee. Und zwar, indem ich die Arya benutze, die die Schutzengel verwendet. Sie merken, das greift als Methode ineinander. Wenn ich, das muss man nicht machen, aber wenn ich auch die Gottesnamen in einer Wördform verwenden will, dann wiederhole ich sie 48 Mal. Bei dieser Arya. Die zweite Arya, die sich hier mit dem Schutz beschäftigt, ist diese. Das sind alles sehr bekannte Stellen. Das ist die vierte Arya der Surah At-Tariq, wo es dann heißt, in kullu nafsillamma alaiha hafidu. In ungefähre Übertragung. In der Tat, über jede Seele ist ein beschützender, wenn man dann Engel, gesetzt. Diese Arya wird im Normalfälle auch siebenmal wiederholt. Wenn man etwas Spezielles will oder etwas befürchtet, nimmt man hier die Zahl 19. 19, weil diese Zahl eine Besonderheit hat in der Engelwelt. Kommt mehrmals auch im Koran diesbezüglich vor. Wenn man die Gottesnamen benutzt, so verwendet man hier die Namen des umfassenden und des beherrschenden Schutzes. Deswegen hafidu, der Bewahrende, muhaimin, der, der alles mit seiner Macht umspannt. So würde man diese Gottesnamen in diesem Falle, das ist auch abhängig von den Gottesnamen, 45 Mal wiederholen, wenn man sie als Wirt setzt. Um das mal konkret als Beispiel zu setzen. Ich würde also nach der Basmala 19 Mal in kullu nafsillama alaiha hafidh rezitieren und anschließend mit einem Dua beginnen, typisch in der Form Allahumma ya rabbal alamin ya arhamarachimin ya daljalal wilkram und dann ya hafidh ya muhaimin oder ich würde nach der Rezitation der Sura unmittelbar ya hafidh ya muhaimin 45 Mal wiederholen und dann mit Allahumma mein Dua beginnen. Es gibt mehrere Formen dazu. Kann ich zum Abschluss nochmal genau vorstellen. Das wäre hier zum Schutz, wenn man sich mit Schutz umringen möchte mit dieser Arya. Wie gesagt, ich habe Arya ausgesucht, die bekannt sind in der Tradition, dass sie diese spezielle Einsatzform kennen. Dann die Errettung aus der Notlage. Jetzt sind wir schon sehr viel konkreter und hier geht es in der Regel um eine Notlage, die durch Unterdrückung geschieht. Da sind wir nicht weit von dem anderen Thema auch entfernt. Hier gibt es mehrere Aryat, die dazu passen. Hier zum Beispiel aus der Sura As-Shu'ara die beiden Verse 169, 170. Hier geht es um das, was mit verschiedenen Propheten zu tun hatte. In diesem Fall auch mit Lut, wo es dann heißt, Wörtlich, mein Herr, er rette mich und meine Angehörigen von dem, was sie tun. Da retteten wir ihn und seine Angehörigen allesamt. Wenn man etwas wiederholt, an dieser Stelle, die beiden Aryat gehören sinngemäß zusammen, wird man aber nur den hier markierten teilnehmen. Nämlich man rezitiert dann nur, Und das wiederholt man, wenn es eine allgemeine Befürchtung ist, siebenmal. Hat man aber konkret einen Fall, wo man errettet werden möchte aus einer Notlage, wendet man sich an Allah 19 Mal. Und sie merken schon hier das Prinzip, um die Engelkräfte, die mit dieser Aryat zu tun haben, davor zu bringen. Dazu sollte man auch wissen, dass Allah Ta'ala laut Überlieferung der Sunnah über jede Aryat und eigentlich sogar über jedes Wort und jeden Laut des Korans sowie über den Koran selber verschiedene Engel hier hingesetzt hat. Und diese Engel werden sozusagen auf Befehl Allahs angeregt, bewirkt, dass sie zu unseren Gunsten eingreifen, wenn wir uns mit diesen Aryat, mit dem Wort und dem Sinn des Korans mit Innerlichkeit in Verbindung setzen. Und dazu ist auch die Form eines Wirth, einer Wiederholung notwendig. In diesem Sinne, wenn ich also konkret eine Errettung aus Schwierigkeiten möchte, dann werde ich 19 Mal diesen Teil Rabbi Najini wa Ahli mimma ya'malun rezitieren. Wenn ich die Gottesnamen hier verwende, in diesem Falle, wäre das Ya Munji, Ya Qadir, O Erretter, O Allmächtiger, dann kann ich diese Namen wie vorhin beschrieben in ein allgemeines Doa einfügen. Das ist wichtig, denn die Gottesnamen sind eine Art Katalysator, die genau die Richtung vorgeben, in die mein Doa geht. Wenn ich zusätzlich die Gottesnamen in einer Wirth-Form aktivieren möchte, dann werde ich sie 21 Mal in diesem Fall rezitieren. Ich nehme noch ein weiteres Beispiel, das ist ein Beispiel aus der Geschichte des Musa a.s. und hier ist die Situation auch sehr typisch, nämlich, das ist die Situation, wo er einen der Ägypter erschlagen hat und sich nun fürchtet, weil ein Freund zu ihm gelaufen kommt und sagt, man sucht dich, du musst fliehen. Hier ist also wirklich die Notlage ganz konkret geschildert. Da heißt es hier in der Surah Al-Qassos, in der 21. Aya, Da zog er, gemeint Nusa, furchtsam aus ihr, gemeint der Stadt hinaus und spähte umher. Er sagte, mein Herr, rette mich vor dem ungerechten Volk. Wenn man das als ein Doa verwendet, dann verwendet man aber nur den Teil nur den in rot gekennzeichneten Teil. Dreimal wäre allgemein. Hier wird es spezieller. Wenn ich unbemerkt aus Schwierigkeiten entkommen möchte, dann rezitiere ich das wieder 19 Mal. Als Gottesnamen passt hier, passend zu Aya, Ya Munji, Ya Raqib, O Erretter, O Du, der Du alles aufmerksam beobachtest und auch kontrollierst. Diese Form ist bekannt. Das kommt aus der Sura Yasin. Das ist auch allgemein bekannt. Hier gibt es aber zwei Verwendungsarten. Es sind die Aya Nummer 8 und 9, die üblicherweise hier verwendet werden. Etwa hier in dieser Form Gewiss, wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt, sie reichen bis zum Kinn, sodass sie den Kopf hochhalten müssen. Und wir haben für ihnen einen Wall errichtet und ebenso hinter ihnen einen Wall errichtet und wir haben sie verhüllt, sodass sie nicht sehen können. Hier gibt es zwei Sinngebungen. Wenn ich hier eine Bewahrung vor Entdeckung haben möchte, rezitiere ich nur den zweiten Teil, den in rot markierten, von Wajalna an. Wenn ich aber zum Beispiel etwas tun will zur Errettung aus Schwierigkeiten und gleichzeitig meine Gegner gehindert sein sollen, rezitiere ich beide. Hier haben wir ein typisches Beispiel, dass man eine ähnliche Form in zwei Varianten hat. Wenn ich nur den ersten Teil rezitiere, den zweiten Teil rezitiere, also Wajalna min bayni adihim saddan und so weiter bis zum Ende der Ayah, rezitiere ich ihn siebenmal. Wenn ich aus der Schwierigkeit errettet werden will und Hinderung der Gegner wünsche, dass sie mich nicht verfolgen können, dann rezitiere ich neunzehnmal. Spezielle Namen für diese Ayah entsprechend dem Sinn ist Yahafive, Yahbewahrer, Yahmaner, Yahhinderer. Denn Maner ist der, Werde etwas verbietet, etwas verhindert. Der letzte Teil aus diesem Beispiel bezieht sich auf die Geschichte von Nuh aus der Sura Al-Anbiya, wo es dann heißt Und Gedenke auch Nuh, als er vor dem zu uns rief, also uns anrief im Dua und wir erhörten ihn und retteten ihn und seine Angehörigen aus großer Drangsal. Allgemein wird das dreimal rezitiert zur Errettung von etwas befürchtetem neunmal. In diesem Falle neunmal, weil es sich auf die Sintflut bezieht und hier ist die Zahl von Himmel und Erde und dem, was dazwischen ist, gemeint. Und das ist die Zahl neun. Speziele Namen für diese Art des Wirt, da haben wir Jamunji, Retter und Jamusta'an, der, der um seine Hilfe angerufen wird. Das kommt auch hier genau in der Aya vor. Und die dazu passende Zahl ist 40, die Zahl der vollkommenen Abschlüsse. Und hiermit komme ich bereits zum letzten Teil. Die Verwendung von Ayaat, wenn ich vor Schaden bewahrt werden möchte in verschiedener Hinsicht. Dazu habe ich zwei Ayaat rausgesucht. Das erste bezieht sich auf die Sura Al-Kahf und Al-Kahf, die Sura, bezieht sich ja allgemein auf endzeitliche Dinge und immer ist das Thema, dass ein Schaden passiert, etwas Übles den Mu'minin, den Leuten mit Iman passiert, aber auf der anderen Seite auch immer ein Weg zur Rettung offen steht, zumindest für einen Teil. Das ist sehr aktuell. So heißt es dann dementsprechend und das ist die Sura Al-Kahf 16 in der ganzen Ayaat in ungefährer Übertragung. Und wenn ihr euch von ihnen und von dem, was ihr statt Allah anbeten, zurückzieht, jetzt kann man das auf viele andere Dinge übertragen, so sucht Zuflucht in der Höhle. Höhle ist hier Sinnbild für den rettenden Ort. Euer Herr wird seine Barmherzigkeit über euch bereiten und euch einen tröstlichen Ausweg aus eurer Lage weisen. Hier gibt es jetzt eine klare Sache, wenn ich hier rezitiere, rezitiere ich, ich habe es der Vollständigkeit aber ganz genannt, aber nur den roten Teil, nämlich von Denn das ist quasi die Befehlsform von Allah her, der den Gefährten der Höhle sagt oder eingibt, so flieht in die Höhle. Wenn man es allgemein benutzt, siebenmal, nicht zuletzt, weil die Gefährten der Höhle nach mehrheitlicher Meinung sieben sind. Zur Bewahrung von etwas Befürchtetem muss der Schutz von Himmel und Erde eintreten, die Erde durch die Höhle, der Himmel durch Entscheidung Allahs, also sind wir bei der Zahl 9. Spezielle Namen für diese Aria sind typischerweise Jawali Janasir. Jawali, derjenige, der nahe steht und Anasir, der der Beistand und Hilfe und Sieg gewährt. Diese beiden Namen, wenn man sie in Wirtform dazu setzt, würden siebenundzwanzig Mal rezitiert. Last not least, diese Aria wird meistens übersehen, aber sie ist eines der wichtigsten Duas überhaupt, wenn eine Qual über die Menschen hereinbricht. Das ist ja leider Gottes auch sehr aktuell. Das ist die Aria 12. Der Hintergrund, es wird die göttliche Heimsuchung durch den Rauch in der mehrheitlichen Meinung eines der Endzeichen genannt, aber Rauch kann ja auch für Krankheit, für Heimsuchung, für eine Armee, für alles Mögliche stehen. Und hier lautet der Wortlaut, das ist die ganze Aria, So wie das ist, kann das rezitiert werden. Die allgemeine Form wäre siebenmal, wenn man aber etwas Konkretes und aktuell befürchtet, wird das elfmal rezitiert. Und die speziellen Namen hierfür sind, die man üblicherweise verwendet, diese beiden Gottesnamen, wenn man sie in Auraat Form hier hinzusetzt, würden 32 Mal verwendet. Das sind jetzt einige kleine Rezepte und sie merken, wie das prinzipiell funktioniert. Ich habe ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis, ich fasse jetzt zusammen, kann eben sein, dass man Allah um Vergebung bittet und dadurch Schutz haben möchte, dass man allgemein den Schutz vor etwas Konkretem haben möchte, dass man aus einer Notlage errettet werden möchte oder dass man vor Schaden bewahrt werden möchte und natürlich könnte das auch kombiniert sein. Wenn man das eben tut, dann ist wichtig, ich greife eins heraus, dass man weiß, wie rezitiert man die Aria oder den Teil davon, welche Gottesnamen werden dazu in jedem Falle verwendet und man muss sich entscheiden, ob man die Gottesnamen in einer Wordform hinzusetzt oder nicht. Hieraus entsteht ein bestimmtes System. Wenn man das probiert, wird man die Wirkung sehr schnell merken. Bevorzugt ist, wenn man denn kann, dass man das nach dem Beginn von Fajr, aber vor so einem Aufgang macht. Manche dieser Dinge, Notlage halt, kann man natürlich jederzeit rezitieren. Das sind einfache und wirkungsvolle Dinge, die ich aus diesem Grunde ausgewählt habe und hoffe, dass Allah uns alle berettet, segnet, vor Schaden bewahrt und möge Allah Ta'ala Segen geben in diese Versammlung und möge Ihnen das, was ich gesagt habe, nützen. Mögen Sie immer vor Schaden bewahrt werden und wenn eine Heimskrug kommt, erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen gesagt habe, As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Möge Allah dich dafür reichlich segnen und belohnen für das, was du uns mitgegeben hast. Inschallah können viele der Zuschauer, wir haben gerade über 130 Leute, was damit anfangen und ich bin mir sicher, dass wir was damit anfangen können und ich mache das jetzt einfach mal fließend, weil wir nachher inschallah noch ein paar Fragen beantworten werden. Wir haben jetzt den Bruder Dr. Farid Suleiman Kamera vielleicht. Ich weiß gar nicht, ach, da ist er. Ich gebe dir jetzt die Bühne und Bismillah und dann werden wir gleich auf Fragen eingehen. Genau, ich müsste noch meinen Bildschirm betragen. Genau. Ich bin dann gleich wieder da. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Gut, jetzt im Rahmen dieses Vortrags werde ich ein paar Gedanken zur Nahost-Debatte vortragen und zwar zu der Nahost-Debatte, so wie sie in Deutschland geführt wird und ein paar Empfehlungen und Ratschläge geben, wie man sich mit muslimischem Hintergrund, aber überhaupt, also sagen wir mal, mit jemandem, der sich für Palästina einsetzt, in dieser Debatte am besten verhalten sollte. Kurz dazu zu diesem Ausdruck Nahost, ich werde gleich noch zum Kolonialismus kommen und kann es hier eigentlich schon beginnen, in dieses Thema einzusteigen, weil nämlich der Begriff Nahost oder Nahe Osten, Mittlere Osten sind alles Begriffe aus der britisch-kolonialen Vorstellungswelt, kann man sich denken, die Welt ist in bestimmte Regionen aufgeteilt, Europa ist in der Mitte und dann ist eben Palästina im Nahen Osten. Später wird es dann von den Amerikanern übernommen, diese, dass man eben vom fairenen Osten und vom Nahen Osten spricht und so weiter und so fort und ist heute ganz selbstverständlich, hat aber wie gesagt diesen kolonialen Hintergrund. Zum Kolonialismus werde ich jetzt gleich noch mehr sagen und zwar bei dem ersten Punkt, wenn wir ein bisschen über Kolonialismus sprechen und über die Nakba. Zu Nakba komme ich nur ganz kurz. Ich werde es auch versuchen, dass dieser Vortrag, der hat relativ viel Material drin, was man dann selbst nochmal nachschauen kann, googeln kann, Ähnliches und ich werde versuchen, möglichst wenig zu sagen, um nicht hier einen zu langen Vortrag zu halten. Ist der Naos-Konflikt ein religiöser Konflikt, wird der zweite Punkt sein, auch das werden wir ganz kurz behandeln. Gibt es einen islamischen oder einen muslimischen Antisemitismus und repräsentiert der Staat Israel das jüdische Volk? Dann werde ich abschließen mit einer Zusammenfassung und Empfehlungen, wie man sich am besten verhalten sollte in der Debatte und der Diskussion. Gut, zum Kolonialismus, Riesenthema, habe ich auch schon mal einen Vortrag jetzt gemacht, hier auch in der Reihe, hier auch auf YouTube veröffentlicht. Ich empfehle hier sehr dringlich, ist das, oder sehr wichtig, ist, dass man sich diese dreiteilige Dokumentation anschaut, vor allem, wenn man keine Hintergründe hat oder kein Hintergrundwissen hat zum Thema Kolonialismus, dann ist es ein sehr, sehr guter Einstieg. In den letzten Jahrzehnten hat sich viel getan. Der Kolonialismus ist viel stärker ins Bewusstsein auch der europäischen Völker getreten, vor allem auf dem akademischen Niveau ist es eigentlich heute sehr verbreitet, dass man sich auch mit der Kolonialgeschichte des Westens tiefergehend auseinandersetzt. Das war noch vor ein paar Jahrzehnten gar nicht selbstverständlich, ist eigentlich auch bis heute nicht selbstverständlich, aber da kommt was ins Rollen, sozusagen. Gegenteilige Positionen oder die auch bis heute noch stark sind und eben dagegen sprechen, dass man sich irgendwie da ein Schuldeingeständnis hier sozusagen oder ein Bewusstsein aufbaut, dass der Kolonialismus etwas Schlechtes war. Das findet man bis heute noch sehr prominent vertreten. Wolfgang Reinhardt, hier habe ich ein Zitat mitgebracht, ist eine Koryphäe im Bereich des westlichen Kolonialismus, hat da ein Standardwerk dazu geschrieben und der schreibt in einem seiner Bücher, das 2018 eine überarbeiteten Auflage erschienen ist, also sehr aktuell, schreibt der solche Sätze. Aus theoretischen wie empirischen Gründen ist es unmöglich, wissenschaftliche, das heißt nachprüfbare Aussagen darüber zu machen, ob der europäische Kolonialismus für die Welt als Ganzes oder auch nur ein Teil von ihr gut oder schlecht gewesen ist. Selbst wenn völliges Einvernehmen darüber bestünde, was man jeweils für gut oder schlecht halten soll. Selbst für ein offensichtlich negativ zu beurteilendes Phänomen wie den Handel der Europäer mit afrikanischen Sklaven wurden aus nüchterner wirtschafts- und sozialhistorischer Perspektive mögliche positive Gesichtspunkte ausgemacht, wie Entlastung Afrikas von überschüssiger Bevölkerung und die relativ bessere Ernährung in Teilen Amerikas. Genau, also solche Töne gibt es bis heute sind vielleicht auch noch relativ stark, aber wie gesagt, da kommt etwas ins Rollen und vor allem mit den sogenannten postkolonialen Studien kommen hier Perspektiven mit hinein, die solche Aussagen, solche Denkweisen dekonstruieren und Alternativen schaffen. Gut, ganz wichtiges Buch in diesem Bereich, wenn man jetzt nämlich vom Kolonialismus dann später dann übergeht zur Nakba, ist dasjenige von Michael Rothberg, multidirektionale Erinnerung, das ist eigentlich im Englischen erschienen vor etwa 15 Jahren und vor ein paar Jahren dann ins Deutsche übersetzt worden. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass Michael Rothberg eben dafür argumentiert, dass man den Holocaust auch im Kontext des kolonialen Strebens sehen muss, dass man also auch zum Beispiel anerkennt, dass der Überfall auf die Sowjetunion durch die Nazis, dass es auch ein kolonialer Krieg war, dass die Judenvernichtung auch eine Art Kolonialismus nach innen war und dass es viele Denkstrukturen gibt, die in den Jahrzehnten vor der Nazi-Herrschaft in den Kolonialgebieten schon zu einem gewissen Grad bestanden haben, dort getestet worden sind, dort in die Praxis umgesetzt worden sind und dass eben die Nazis sehr wohl eben auch auf diese ganzen Denkstrukturen zurückgreifen konnten und sie dann eben nochmal in einer verschärften Weise angewendet haben. Aber damit sagt man nicht, dass der Holocaust in irgendeiner Weise sozusagen von seiner Heftigkeit her zu relativieren ist, aber man schaut sich eben das größere Bild an und sieht, dass der Holocaust eben ein Teil dieses Bildes ist und dass man diesen Teil des Bildes viel besser versteht, wenn man sich eben auch die koloniale Vorgeschichte anschaut, auch vor allem von Deutschland, die ja bis heute eigentlich noch immer noch klein geredet wird. Genau, dieses Buch ist im Englischen total positiv aufgenommen worden, aber in der deutschen Fassung sehr schlecht oder in der deutschen, an den deutschen Universitäten oder im deutschen Diskurs. Es liegt einfach daran, dass der Holocaust hier in Deutschland eine besondere Stellung hat und jegliche, jegliches ins Kontext setzen, in einen Kontext setzen des Holocaust hier schon als eine Relativierung angesehen wird, als eine Verharmlosung des Holocaust und so weiter und fort. Darauf dringt das Buch überhaupt nicht oder zielt das Buch gar nicht ab, aber hier ist man eben, das ist eben eine sehr sensible Angelegenheit, hier irgendwie über den Holocaust zu reden in Deutschland, das bekannterweise und Michael Rothberg sagt es selber, wenn er sagt, von der heftigen Reaktion auf sein Buch zeigt sich Rothberg sichtlich überrascht. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig überrumpelt von der Reaktion in Deutschland. Nirgendwo sonst hat es eine derartige Kontroverse gegeben. Im Gegenteil, in der Internationalen Wissenschaftsgemeinde sei sein Buch sehr positiv aufgenommen worden und seit langem eine Art Standardwerk der Holocaust und der Erinnerungsforschung. Genau und den Naos-Konflikt, den muss man eben auch selbst im Rahmen der geschichtlichen Entwicklungen bis 1948 bis zur Staatsgründung Israels sehen. Das fängt an mit ganz eindeutig im Zeitalter des Kolonialismus zu lokalisieren und da ist eben auch, da spielt natürlich dann auch der Holocaust eine Rolle. Aber der Kolonialismus, der ist etwa 500 Jahre alt, der westliche Kolonialismus und der nahe und mittlere Osten wird 1798 beginnt dort die Kolonialisierung durch das Eindringen Napoleons in Ägypten, auch wenn es nur ein paar Jahre Bestand hatte, aber von dort an oder von da an zwei Jahrzehnte später werden die Franzosen dann auch in Algerien oder Nordafrika anfangen diesen Bereich zu kolonialisieren und die islamische Welt ist schon vorher kolonialisiert worden, aber der mittlere und nahe Osten eben die Kerngebiete des Islams würde ich jetzt mal sagen, das beginnt so alles um 1800. Es ist sehr, sehr wichtig, sich damit auseinander zu setzen, um überhaupt zu verstehen, was ist es eigentlich für eine Welt, in der wir heute leben. Der ganze nahe und mittlere Osten ist sehr stark geprägt worden durch diese Kolonialisierung. 70 Prozent der Staatsgebiete der muslimischen Länder sind erst einmal geschaffen worden oder nicht geschaffen worden, deren Grenzen sind geschaffen worden und dadurch die nationalstaatlichen Territorien durch die Kolonialherren und zwar ohne, dass dabei die Bevölkerung befragt wird, ohne, dass man sich auch wirklich beschäftigt hat mit der Bevölkerung und dass man irgendwie auf die Interessen der Bevölkerung darauf geachtet hat, sondern das einzige Kriterium waren die Interessen der Kolonialherren. Also 70 Prozent der heutigen muslimischen Länder sind eben mehr oder weniger, was ihre Grenzen angeht, was ihre Gründung angeht, koloniale Produkte. Und sich das damit auseinanderzusetzen und was das bedeutet, heutzutage als Muslim in dieser postkolonialen, neokolonialen Welt zu leben, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. um zu verstehen, um überhaupt die Lage auch der Muslime zu verstehen. Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt es eben, dass Großbritannien Palästina besetzt noch als Teil des Osmanischen Reiches. Das Osmanische Reich wird eben aufgeteilt. Das ist ein großer Kuchen, den sich verschiedene Kolonialmächte eben da bedienen möchten. Und Großbritannien und ich würde sagen, hier liegt also dieser sehr schlechten Politik Großbritanniens liegen die Gründe für die späteren Probleme, die da entstanden sind. Natürlich ist später auch noch viel mehr passiert, aber hier sozusagen ist sozusagen schon mal die Ursünde, sagt man vielleicht, die Großbritannien hier begangen hat und damit einen Konflikt losgetreten hat, der bis heute eben andauert. Unter anderem ist nur ein Beispiel dafür, für diese sehr verantwortungslose Politik Großbritanniens ist, dass die Palästina in drei verschiedenen oder drei verschiedene Pläne mit Palästina hatten, drei verschiedene Versprechungen gemacht hatten. Einmal hatten sie die Palästina an die Araber versprochen, wenn die sich gegen die Osmanen wenden, das haben die auch gemacht, aber die Araber sind leer ausgegangen. Da hätte ein arabisches Königreich entstehen sollen, nicht nur über Palästina, aber Palästina wäre ein Teil davon gewesen. Später wird dann immer behauptet, die Briten haben andere Ländereien den Arabern versprochen, aber nicht Palästina, aber wenn man sich da ein bisschen näher damit auseinandersetzt, sieht man, dass es sehr deutlich ist, dass sie auch Palästina versprochen hatten und dass die Araber das damals auch so verstanden hatten. Dann im Sykes-Picot Abkommen wollten die Abkommen zwischen den Franzosen und den Briten, da haben die Briten Palästina selbst sich unter den Nagel gerissen und im Gegenzug haben eben auch die Franzosen dann bestimmte Interessen eben realisieren können und auch im Zuge des oder Nachbeendigung des Ersten Weltkrieges hätten sie dann auch noch bestimmte Vorteile davon gehabt, wenn sie eben Palästina den Briten überlassen und das haben sie auch gemacht und die Briten hatten dann eben selbst vor Palästina zu übernehmen und dann gab es noch die sogenannte Balfour Deklaration von 1917 Balfour selber ein Antisemit aber trotzdem ein Zionist also Zionist sein und Antisemit viele Zionisten auch gleichzeitig Antisemiten und der hatte den Juden versprochen im historischen Palästina eine Heimstätte für die Juden eben errichten zu können also drei Pläne drei Versprechungen die miteinander nicht vereinbar sind und letztlich wissen wir wie es gekommen ist das britische Mandat über Palästina von 1920 bis 1948 stand ganz im Zeichen des Kolonialismus Vincent Churchill der immer mal wieder so sehr positiv irgendwie und sehr lustig und sehr irgendwie hat so einen Kultstatus das war aber ein ziemlich knallharter Rassist der sagte 1937 ich gehe nicht ein dass den Indianern Amerikas oder den schwarzen Menschen Australiens großes Unrecht widerfahren ist indem eine stärkere Rasse eine höherwertige Rasse gekommen ist und ihren Platz eingenommen und genauso auch sagt er also auch über die Palästinenser dass die eigentlich dort überhaupt gar kein Recht haben nur weil sie da schon vorher da waren heißt es nicht dass sie deswegen ein besonderes Recht auf dieses Land haben genau und ja hier eine Aussage aus von einer Wissenschaftlerin die zu diesem Thema gearbeitet hat und die eben auch ja das Thema Palästina oder überhaupt die Fragen rund um Palästina alles einbettet in den größeren in die Zeit des Kolonialismus in die Bestrebungen der Kolonialherren und so weiter und so fort es lässt sich überhaupt nicht trennen sie schreibt die Briten starteten den Siedlerkolonialismus in Palästina genauso sorglos und rücksichtslos wie sie es in Australien Neuseeland Kenia und Rhodesien getan hatten die Gewalt Israels im Gazastreifen ist nicht bloß Selbstverteidigung sondern Teil einer längeren Geschichte des Siedler Kolonialismus die bis zur Blütezeit des europäischen Kolonialismus zurückreicht entgegen brütischer Mythen war der Siedlerkolonialismus ein aggressiver Prozess der ethnischen Säuberung verwurzelt im Rassismus die Unterstützung der USA für Israels Vorstoß im palästinensischen Gebiet ist die Unterstützung einer von den Briten geschaffenen Siedler Kolonialen Nation für eine andere es ist kein Zufall dass diese Unterstützung besonders großzügig während der Trump Administration wurde die sich auch unverhohlen des Stolzes auf die Überlegenheit der Weißen in Nordamerika rühmte also auf diese White Supremacy also genau wenn man sich mit der Zeit auseinandersetzt Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur Entstehung des Staates Israel 1948 der sieht dass hier ganz klarer roter Faden durch die Geschichte geht der Rahmen des Ganzen ist eben die Kolonialisierung und diese Überheblichkeit der Kolonialherren gegenüber dem Rest der Welt der Rest der Welt zählt überhaupt nicht sie sind eigentlich mehr die sind halt einfach irgendwo da in Palästina aber es interessiert sich niemand für die was was die für Pläne haben oder was die für Interessen haben sondern das sind eigentlich mehr so Statisten in einem größeren Schauspiel gut und der Zionismus der den es in verschiedensten Ausprägungen gibt der hat sich der hat sich aus zwei Dingen gespeist einmal aus dem auch jetzt von jüdischer Seite betriebene Zionismus wenn wir jetzt auf Theodor Herzl zu sprechen kommen einem der wichtigsten Vertreter des Zionismus Anfang des 20. Jahrhunderts verstorben also lange bevor der Staatsgründung aber wenn man seinen Judenstaat liest oder andere Schriften auch von ihm dann sieht man eben dass zwei Dinge ganz wichtig sind für ihn erst einmal dieser Antisemitismus und die Frage der Juden und der Emanzipation der Juden in Europa die mehr oder weniger als gescheitert betrachtet wird und auf der anderen Seite eben auch der Zionismus als eine Form des Kolonialismus also zu diesem Zeitpunkt wurde sozusagen hatten sich die Zionisten zu einem gewissen Grad die jüdischen Zionisten an den kolonialen Mächten angebietet und gesagt wir könnten doch euch eigentlich auch in eurem kolonialen Streben euch behilflich sein indem wir einen Staat dort gründen der euren Interessen auch dient also ich lese mal hier aus Lusurdu die Sprache des Imperiums vor bei seiner Propaganda für den Zionismus empfiehlt sich Herzl folgendermaßen den Kanzleien der westlichen Großmächte die meisten Juden sind keine Orientalen mehr so möchten wir als Kulturträger des Westens in diesen jetzt verseuchten verwahrlosten Winkel des Orients Reinlichkeit Ordnung und die geklärten Sitten des Abendlands bringen in diesen kranken Winkel wenn sich die Juden in Palästina ansiedeln können sie den Krankheitswinkel des Orients assanieren also heilen Kultur und Ordnung dorthin bringen und sogar den Schutz der Christen im Orient gewährleisten kurz und gut das einzige Kulturelement womit Palästina besiedelt werden kann sind die Juden die europäischen Juden sind eben halt keine Wilden auch keine Halbwilden anders als die Afrikaner die vielleicht ganz Wilden sind also komplett Wilde während die Palästinenser oder die Muslime die hatten auch mal eine Hochkultur sind vielleicht Halbwilde die Orientalen also aber Herzl sagt wir Juden wir sind keine Orientalen mehr sondern wir sind durch die europäische Geschichte mit durchgegangen und sind selber zivilisiert geworden und wir können euch hier sozusagen vertreten im Orient und auch eure Interessen vertreten ich lese mal weiter auch Herzl will sich auf diesen Weg machen für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen das heißt die jüdische Kolonisation Palästinas werde die Weltherrschaft des Westens verstärken zumal sie den Weg nach Indien und nach China sicherer werden lasse und so weiter und so fort genau das sind jetzt hier nur Ausschnitte aber es ist wichtig hier festzuhalten dass der Zionismus im Kern eine europäische Erfindung ist keine und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine jüdische Erfindung sondern eine von den vor allem Kolonialmächten von dem protestantischen Christentum die sind eigentlich diejenigen die ohne die hätte der Zionismus gar nicht funktioniert und viele von diesen nicht jüdischen Zionisten sind gelöhnte Antisemiten gewesen also noch einmal schließt sich überhaupt nicht aus dass man Zionist und Antisemit ist man muss nur nach Amerika schauen zu den evangelikalen Christen die die Juden eigentlich nur als ein Instrument sehen um bestimmte Heilsvorstellungen zu verwirklichen also Mike Pence der Vizepräsident zum Beispiel zur Zeit von Trump evangelikaler Christ glühender Israel Unterstützer Zionist aber wenn man sich anschaut aus welchen Motiven er heraus das macht dann kann man eigentlich nicht zu einem anderen Schluss kommen als zu sagen dass er ein Antisemit ist die jüdischen Zionisten die waren oftmals nicht religiös die waren säkularisiert und die Juden die noch an der orthodoxen Lehre gehangen sind die haben den Zionismus oftmals mit großem Abscheu gesehen das ging auch lange noch Zeit nach der Staatsgründung so es gibt einen Rabbi sehr einflussreichen Rabbi der in New York unter anderem wirkte der heißt Teitelbaum das war vielleicht eine sehr extreme Stimme aber trotzdem sie zeigt also wie religiöse Juden den Zionismus gesehen haben dieser Teitelbaum hat eine Schrift nach der Staatsgründung ist die verfasst worden geschrieben und in der steht dass der Holocaust eine Bestrafung Gottes ist dafür dass die Juden den Zionismus erfunden haben oder angenommen haben das ist natürlich ja das ist seine Sicht so drückt er das aus das muss man überhaupt nicht plausibel finden aber es zeigt darum geht es jetzt gar nicht ob das plausibel ist oder nicht sondern es zeigt nur darum dass innerhalb von jüdischen orthodoxen Kreisen der Zionismus lange Zeit also überhaupt nicht akzeptiert worden ist das Judentum sich in einer gewissen Weise nochmal stark geändert hat von seinen Vorstellungen her durch die Annahme des Zionismus was dann vor allem ab 1967 der Fall gewesen ist also ab 1967 wird der Zionismus weniger das ist ursprünglich eigentlich eine nationalistische Idee gewesen wird dann mehr und mehr auch durch das Judentum oder durch jüdische Vorstellungen unterfüttert aber wie gesagt das ist eher eine späte Stufe des Zionismus vor allem hat natürlich auch hier der Holocaust eine Rolle gespielt man muss natürlich hier auch sagen die Juden sind ja keine Kolonialherren gewesen so wie die Briten jetzt in Indien oder die die Franzosen in Algerien sondern die Juden sind selber Opfer eines einer gewissen sehr sogar sehr heftigen Form von Kolonialismus gewesen nämlich was das dasjenige was zur Shoah geführt hat also zur Ermordung der millionenfachen fabrikmäßigen Ermordung von Juden und natürlich hat das auch eine große Rolle gespielt als dann 1948 der Staat Israel gegründet worden ist dass dann es eine gewisse Akzeptanzbereitschaft dann auch unter den religiöseren Juden gegeben hat diesen Staat anzunehmen aber im Kern ist also der Zionismus etwas sehr Unjüdisches und bis heute gibt es viele orthodoxe Juden die den Zionismus ablehnen gut ja also der der die ganze Vorgeschichte vor dem Staat Israel ist eben wie gesagt stark eingebettet in diese Kolonialgeschichte und jetzt natürlich die Frage ist Israel selber ein kolonialer Staat da kann man sich dazu Debatten anschauen allerdings muss man dazu sagen dass selbst von der israelischen Seite Gershon Schafir ist ein israelischer Historiker der hier in einem sehr einflussreichen oder sehr auch wichtigen Standardwerk zu dem Staat Israel ein Kapitel schreibt eben mit dem Titel ist Israel ein Kolonialstaat und er kommt zu einem ganz eindeutigen Ergebnis zu einem ganz eindeutigen Jahr also dass Israel als kolonialer Staat wahrgenommen wird ist überhaupt nicht abwegig und ist auch unter israelischen Historikern eine Meinung die besteht wenn auch das immer mal wieder zu Problemen natürlich dann führt ich erinnere hier vielleicht an Ilan Papé die einen oder anderen kennen ihn vielleicht ein israelischer Historiker der aufgrund seiner Ansichten dann auch Israel verlassen musste aber das war so bevor ich zur Nakba komme werden wir jetzt gleich im Anschluss noch sehen dass aus der israelischen oder aber auch aus der jüdischen das muss man ja trennen voneinander weil eben viele juden auch nicht israelis sind gibt es eine ganz klare haltung ganz klare kritische haltung gegenüber dem staat israel da könnte man jetzt auch noch jahrzehnte zurückgehen zu anderen wichtigen jüdischen denkern jahrzehnte hat ja doch wieder alles ein bisschen länger gedauert hier ja zu der nakba naja ich mache es hier auch ganz kurz die nakba die katastrophe die vertreibung hunderttausende von palästinenser hier nur mal aus der süddeutschen zeitung herausgegriffen ganz unten habe ich es markiert bis heute streiten sich araber und juden um die deutungshoheit der nakba während juden von freiwilliger flucht sprechen erinnern sich araber an eine gewaltvolle vertreibung es ging mir jetzt eigentlich hier gar nicht wirklich um die nakba denke die allermeisten wissen schon was die nakba ist es ging mir eigentlich darum hier wie die süddeutsche zeitung dieses thema bringt indem sie sagen da gibt es einen streit zwischen araber und juden ist überhaupt nicht der fall es gibt sehr sehr viele juden die die nakba als ein wirklich großes verbrechen an den palästinensern ansehen und es ist überhaupt nicht so dass juden von freiwilliger flucht sprechen also das ist auch in der also das ist eigentlich schon sehr dumpf und sehr blöd von der süddeutschen zeitung das so zu schreiben also in der forschung ist man sich absolut einig dass das eine propaganda aus den 50er jahren ist die da entstanden ist die davon gesprochen hat dass die arabischen staaten angeblich die palästinenser dazu aufgerufen hätten palästina zu verlassen aus sicherheitsgründen sozusagen und dass die araber deswegen freiwillig geflohen sind das ist wie gesagt eine propaganda die schon längst entlarvt ist es gibt überhaupt keine dokumente oder überhaupt keine zeugnisse davon dass irgendwelche arabischen staaten solche aufrufe gemacht haben es gibt nur einen einzigen fall in haifa wo sowas in einem sehr begrenzten gebiet gemacht worden ist aber das ist die absolute ausnahme davon und das zweite ist dass also wer hier von freiwilliger flucht spricht das muss ein zionist sein und zwar ein ziemlich fanatischer zionist der trotz der absoluten gegenteiligen beweislage immer noch davon sprechen möchte dass man freiwillig geflohen sei aber das den juden sozusagen zuzuschieben und zu sagen hier wären Araber und juden die sich da irgendwie um die deutungshoheit der nakbar streiten das eigentlich schon selber fast also grenzt es eigentlich an eine form des antisemitismus also es sind eigentlich nur realitäts verweigernde fanatische zionisten die hier so eine position einnehmen und überhaupt nicht juden im gegenteil gibt auf der jüdischen seite sehr viele die von der nakbar ganz klare davon sprechen dass es eben eine große verbrechen war und dass es sich um eine ethnische säuberung gehandelt hat gut wir sehen dass sich hier vor allem in der jüngeren generation etwas tut ich habe hier mal Greta Thunberg und so weiter da sind hier auch jüdinnen mit dabei auf diesem Foto die hier von Free Palestine sprechen hier the generation gap in opinions toward Israel man sieht das in den amerikanischen juden die vor allem die jüngere generation viel kritischer ist gegenüber Israel als es bei der älteren generation ist und es hat viel vor allem auch mit der aufarbeitung des kolonialismus zu tun weil je mehr man sich mit dem kolonialismus beschäftigt desto klarer wird das bild das oder wird dieser rahmen innerhalb dessen Israel überhaupt erst entstehen konnte sichtbar und das ist eben dieser koloniale rahmen und dann wird es schwieriger noch irgendwie ein positives Bild von dieser Geschichte also eine pro-israelische ein pro-israelisches Narrativ hier aufrecht zu halten genau ja also und je stärker hier sozusagen auch antizionistische Bestrebungen unter Juden zu finden sind desto stärker wird auch sozusagen der Druck von der Gegenseite es gab hier zum Beispiel an der Kunsthochschule in Berlin ein Projekt von jüdisch-israelischen Studierenden die haben ein Projekt gegründet das heißt Unlearning Zionism also Zionismus sozusagen sich zu therapieren sozusagen würde ich jetzt mal vielleicht übersetzen dass man eben den Zionismus ablegt und ja jetzt werden jüdisch-israelische Studierende eben als Antisemiten bezeichnet weil sie etwas gegen den Zionismus haben also das ist ziemlich absurd und das das nimmt eben solche absurden äh das wird in dieser absurden Weise eben geführt weil weil auch jetzt sozusagen die Kritik an Israel unter den selbst unter denjenigen Segmenten der Gesellschaft die eigentlich eher pro-israelisch eingestellt war dass es dort eben stark auch zu bröckeln beginnt da werde ich dazu auch gleich auch nochmal was sagen ähm hier die Frage ist der Nahostkonflikt ein religiöser Konflikt das kommt drauf an das möchte ich auch ganz kurz machen ähm es kommt drauf an was man unter einem religiösen Konflikt versteht äh sind religiöse Menschen in ihrer also im Selbstverständnis her immer religiöse Menschen und nicht irgendwie von einer an einem bestimmten Wochentag weiß es ich wenn man in die Moschee geht oder wenn man in die Synagoge geht oder wenn man in die Kirche geht dann ist man religiös und an anderen Wochentagen ist man nicht religiös also ich würde sagen die allermeisten religiösen Menschen sehen sich so dass sie durchgehend religiöse Menschen sind dass es leitend ist für ihr Leben und da ist natürlich alles was in irgendwie dem Bereich Ethik fällt sowieso ein Teil auch der eigenen religiösen Selbstverständnis ist oder der religiösen Auffassung vom eigenen Leben und insofern sind natürlich die Menschen die da im Nahostkonflikt beteiligt sind insofern sie religiös sind handeln sie auch als religiöse Menschen weil es diese Unterscheidung zwischen dem religiösen und dem politischen in dieser Weise ist es eher ein säkulares Konstrukt das sich jetzt nicht wirklich widerspiegelt in den Realitäten wie die Menschen eben ihre Religion im Nahen Osten verstehen insofern ist es ein religiöser Konflikt wenn man aber mit religiösen Konflikt einfach so etwas meint wie das vor allem in säkularen oder säkularisierten Gesellschaften verstanden wird dass man jetzt diesen Konflikt nur deswegen hat weil man irgendwie im Koran irgendwie eine bestimmte Verse gelesen hat oder in der Tora irgendwelche bestimmten Verse gelesen hat und jetzt irgendwie davon ausgeht dass dass dieser Konflikt geführt werden muss dann ist es natürlich viel zu simpel und zeichnet überhaupt ein total falsches und wirres Bild von diesem Konflikt wenn man das unter religiöse Konflikt versteht dann ist es kein religiöser Konflikt aber dann würde ich eben halt bezweifeln dass man so dass die Kategorie des Religiösen überhaupt getroffen hat gut gibt es einen islamischen muslimischen Antisemitismus vieles hier auf der auf dieser Folie ist eigentlich selbst beschreiben ich sage es ganz kurz also erst einmal es gibt immer wieder Leute die es behaupten dass es einen islamischen Antisemitismus gäbe also von der Religion des islams herkommt Antisemitismus da wird zum beispiel verwiesen auf dieses auf die hinrichtung der männlichen mitglieder der benukuraida zurzeit es befreht muhammad sallallahu aleyhi wa sallam wenn man sich aber damit auseinandersetzt sieht man eben sehr schnell dass es eine kriegerische auseinandersetzung war die überhaupt nichts damit zu tun hatte ob benukuraida jetzt jüdisch ist oder nicht die waren juden aber das hatte damit gar nichts zu tun und man sieht an der art und weise wie die muslime dann auch später oder wie der islam sich dann später verbreitet hat dass die juden dort immer relativ gut gelebt haben relativ vor allem auch im vergleich mit der art und weise wie die juden in europa oder im lateinischen christentum behandelt worden sind man kann selber auf der folie lesen hier was david wasserstein zum beispiel dazu sagt der ein professor für jüdische geschichte ist auch das standardwerk zu dem leben der juden in lateinischen westen und in der muslimischen welt kommt zu einem eindeutigen ergebnis dass die juden in der muslimischen welt eben dass es da keinen antisemitismus gegeben hat allerdings muss man dazu sagen dass es im 20. jahrhundert sich zu einem gewissen grad ändert mit einer aufkommenden judenfeindschaft die zusammenhängt mit dem mit der gründung des staates israel und da ist eben ganz wichtig also diese aufkommende judenfeindschaft wird unterfüttert untermauert nicht mit innerislamischen traditionen oder wenn dann nur mit sehr wenigen und sehr brüchigen innerislamischen traditionen oder brüchigen verweisen wie zum beispiel mit dem benno kuraida oder koran vers 5 82 auf den ich jetzt nicht eingehe kann man nachschauen aber es gibt also keine tradition des eines anti judaismus in der islamischen tradition man kann jetzt auch keine bücher finden jetzt weiß ich von rasali oder sonst irgendjemand der irgendwas gegen juden geschrieben hat so ähnlich wie man das vielleicht bei luther oder bei vielen anderen christlichen denkern findet es gibt hier keine anti judaistische tradition das heißt man musste sich stereotypen und ressentiments aus europa ausborgen um dann eine gewisse judenfeindschaft damit zu untermauern und das ist natürlich eine zu einem gewissen grad nachvollziehbare entwicklung in der islamischen welt vor dem hintergrund der gründung des staates israel und mit dem leid das damit einher gegangen ist aber natürlich eine absolut auf islamischer sicht inakzeptable entwicklung und deswegen also hier kann man kurz und knapp festhalten es gibt keinen islamischen von der antisemitismus aber es gibt sehr wohl muslimischen antisemitismus seit dem 20. jahrhundert vor allem und das ist ein problem und dem muss man ganz klar entgegenstehen und ein antizionismus richtet sich ja wie ich es auch vorher schon gesagt habe gar nicht gegen juden sondern ein antizionismus also der zionismus ist eine ideologie erster linie eine nationalistische ideologie gewesen und ein antizionistisch zu sein darf überhaupt nicht wenn man es jetzt mal muslimisch ausdrückt darf überhaupt nicht dazu führen dass man deswegen antisemitisch wird also das eine und das andere kann zusammenhängen muss aber gar nicht zusammenhängen genauso wie auch es eben viele Leute gibt die zionistisch sind und antisemitisch sind wie ich es vorher schon gesagt habe repräsentiert der staat israel das jüdische volk das ist eben die die kernfrage wenn man wenn man sagt ja dann würde man eben dazu übergehen dass jede kritik am staat israel gleichzeitig auch eine form des antisemitismus ist weil man ja dann das jüdische volk damit eigentlich kritisiert aber wir sehen hier an vielen stimmen innerhalb des judentums dass viele sich nicht von dem staat israel repräsentiert fühlen ganz rechts jetzt hier auf der folie haben wir diesen film israelism den kann ich nur empfehlen der ist ganz neu und noch für ein paar tage auch online verfügbar hoffentlich dann auch vielleicht als dvd oder in anderer weise noch verfügbar kann ich nur empfehlen das ist eine Kritik an staat Israel von jüdischen Amerikanern und hier habe ich noch weitere Belege dafür die zeigen eben dass innerhalb der des judentums der staat israel dass es eine signifikant große anzahl unter juden gibt die den staat israel zum beispiel als einen apartheid staat sehen und ich denke nicht dass die juden sagen israel repräsentiert mich und gleichzeitig ist ein apartheid staat sondern das ist offensichtlich dass die davon trennen ihr eigenes judentum und eben den apartheid staat israel da haben wir auch zum beispiel den chef des mossads oder ehemaligen chef des mossads von 2011 2016 der noch im september gesagt hat das hier ist ein apartheid staat in einem gebiet in dem zwei bevölkerungsgruppen nach einem unterschiedlichen rechtssystem beurteilt werden dort ist ein apartheid staat und unter amerikanischen juden glaubt jeder vierte von den amerikanischen juden dass israel ein apartheid staat ist nichts desto trotz es wird immer wieder versucht jegliche kritik am staat israel zu delegitimieren indem man sagt der staat israel ist das judentum und das judentum ist der staat israel und so kommt dann eben solche aussagen zustande wie man sie von felix klein dem antisemitismus beauftragten der bundesregierung hört wenn er dann sagt israel apartheid zu unterstellen delegitimiert den jüdischen staat den jüdischen staat und ist daher ein antisemitisches narrativ an dessen verwendung kritik geübt werden kann und soll das heißt wenn der chef des mosats oder ehemalige chef des mosats sagt israel ist ein apartheid staat dann ist er eigentlich bedient er sich antisemitischer narrative das ist absolut absurd und ja also ist halt zu einem gewissen grad spiegelt die Debatte wieder in also man kann hier festhalten nein israel ist nicht ein repräsentant des jüdischen staates sondern ist ein ganz normaler moderner oder was heißt ganz normaler normal ist da im Norden Osten eigentlich nichts ist ein moderner Nationalstaat und muss durch die Brille des Völkerrechts gesehen werden was auch für jeden anderen Staat auch gilt als Zusammenfassung und Empfehlungen jetzt für die Debatte möchte ich hier mit der abschließenden Folie noch etwas dazu sagen also erst einmal die Details des ganzen Nord-Ost-Konflikts sind wichtig aber noch wichtiger ist eben das größere Ganze man muss diesen ganzen kolonialen Rahmen sehen um dann eben auch die Nakba entsprechend einordnen zu können und diese Geschichte innerhalb dieser kolonialen Bestrebung Großbritanniens und dann später Amerikas eben dort die eigenen Interessen dort verwirklicht zu sehen und dafür war eben der Staat Israel ein Garant dann das zweite ist genauso wie es Saudi-Arabien zu kritisieren nicht notwendigerweise antimuslimisch oder islamophobisch ist Israel Kritik nicht notwendigerweise antijüdisch oder antisemitisch man kann Israel kritisieren aus einer Motivation des Antisemitismus heraus genauso wie man aber auch pro Israel sein kann auf einer Motivation des Antisemitismus heraus aber es gibt weder in der einen noch in der anderen Richtung eine notwendige Verknüpfung es ist im Interesse zionistischer Propaganda wenn muslimische Kritik an Israel wenn auch unbedacht antijüdisch beziehungsweise antisemitisch unterfüttert ist deswegen also hier ist ganz wichtig auch für die Debatte in Deutschland eine Kritik am jüdischen Staat eine Kritik am Zionismus muss immer getrennt werden auch an der Kritik an Judentum wie ich es vorher schon gesagt habe der Zionismus ist eigentlich keine an sich jüdische jüdische Bewegung und der Staat Israel repräsentiert nicht die Juden sondern ist eben ein Nationalstaat wie Saudi-Arabien der eben nicht die Muslime repräsentiert und deswegen wenn man sich wenn man an den Staat Israel kritisiert dann kritisiert man eine bestimmte zionistische Ideologie die dahinter steckt aber nicht das Judentum wenn man diese Unterscheidung ganz klar sieht die muss man wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt ist die ganz offensichtlich dann kann Antizionismus eigentlich nicht oder ganz klar nicht in Antisemitismus führen Israelkritik sollte rational und nicht emotional formuliert sein das ist auch sehr wichtig für die Debatte hier und man sollte sich auf internationale Vereinbarungen sowie auf die Berichte von international anerkannten Menschenrechtsorganisationen berufen Völkerrecht Genfer Konvention Human Rights Watch Amnesty International Israelische Menschenrechtsorganisation wie BZLM und so weiter und so fort und jüdische Kritik am Staat Israel wird immer stärker und deutlicher und auch vor allem von jüdischer Seite und das ist von besonderer also das ist von jüdischer Seite und das ist von besonderer Wichtigkeit denn ich glaube dass der Nahostkonflikt langfristig nur dadurch auch gelöst werden kann dass es einen Mentalitätswandel gibt im Westen da die der Westen die westlichen Kräfte eben auch am längeren Hebel einfach sitzen und wenn dort ein Mentalitätswandel vonstatten geht der sagt okay hier ist tatsächlich ein Unrecht an den Palästinensern verübt worden und das Leid der Palästinenser wurde eigentlich nur ausgeblendet die letzten 80 Jahre wenn hier ein tiefgreifender Mentalitätswandel stattfindet dann da glaube ich also da ist nicht der einzige Faktor aber ein wichtiger Faktor hin zu einer gerechten Lösung des Nahostkonflikts und damit ist die jüdische Kritik ganz wichtig vor allem wichtig weil die auch so einen Mentalitätswandel noch stärker befeuert und auch besser davon geschützt ist als antisemitisch gebrannt zu werden auch wenn man das immer wieder macht dass man Juden als selbst hassende Juden bezeichnet oder als antisemitische Juden und deren Aufstehen jetzt was man in der jüngeren Generation sieht ist eben von besonderer Wichtigkeit allgemein ist aber auch die öffentliche Meinung dieser Mentalitätswandel der muss durch alle gesellschaftlichen Bereiche gehen und die öffentliche Meinung ist genauso ein wichtiger entscheidender Faktor und deswegen ist es auch wichtig dass man Stellung auch bezieht zum Nahuskonflikt und dass man eben an diesem Mentalitätswandel mit arbeitet aber in einer klugen und bedachten Art und Weise und damit habe ich eben versucht hier in dem Vortrag so ein paar Leitlinien zu geben wie man das eben am besten machen kann jemand fragte die Frage geht dann in Richtung Abdurrahman Salam kann man die Dua nachdem man die Schutz Ayat rezitiert hat auch für andere bitten das kann man natürlich also es ist so dass die ganzen Rezitationen ja im Grunde nur eine Art Aktivator sind und in dem Dua kann man ja sozusagen als diejenigen die den Nutzen davon haben sollen sich selbst seine Familie seine Freunde oder auch alle möglichen anderen Personen nennen das war jetzt aktuell ja auch Thema wenn man sich überlegt wie viele Menschen unter furchtbarsten Umständen leiden und auch sterben dass man für diese Personen bittet und dass man für diese Personen Dua macht und Allah bittet ihnen Schutz zukommen zu lassen zum Beispiel und insofern ist das natürlich möglich das ist beim Dua sowieso frei Okay Barakallahu Fik Also Salam kann Bruder Abdurrahman nochmal die Aurat oder Aurat Form anhand eines Beispiels erläutern mir war die Nutzung der Ayat und die Nutzung der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala nicht ganz klar vielleicht kannst du noch ein ganz kleines Beispiel nochmal dazu erwähnen Also die Sache ist so das ist jetzt eine spezielle Nutzungsart es gibt auch andere in dieser Form ist es so dass man eine Ayat zunächst einmal auswählt gemäß dem Zweck dafür gibt es eine bestimmte Wiederholung das heißt man wird zum Beispiel diese Ayat mehrmals wiederholen die Anzahl ist entsprechend auch vorgegeben und dann gibt es zwei Möglichkeiten die erste Möglichkeit ist dass man direkt ein Dua anhängt das nennt man Dua Muallag das angehängte Dua in dem ich dann beginne mit Allahumma und werde dann in der Regel zwei Gottesnamen die sozusagen zwei Felder mit einer Schnittmenge bilden nennen das kann ich einmal machen ich kann sagen Al-Hafiz Al-Mohid und habe das dann quasi gesagt und das Feld abgegrenzt werde dann mein Dua daraufhin zuschneiden die erweiterte die erweiterte Möglichkeit ist dass ich nach der Rezitation der Aya eine weitere Rezitation anhänge indem ich die Gottesnamen in Wiederholung rezitiere wie zum Beispiel Ja-Mohid oder etwas derartiges ich nenne also die beiden Gottesnamen in der Wiederholungszahl die entsprechend vorgesehen ist und dann mache ich anschließend ein Dua es gibt also diese beiden Varianten und diese Dinge also die Gottesnamen mit oder ohne Wiederholung die Aya in der entsprechenden Wiederholungszahl die setzt sozusagen eine bestimmte Kraft frei und das soll genutzt werden für das Dua eigentlich ist die Idee das Dua soll aufgewertet werden durch die Auratform der Aya und durch gegebenenfalls die Auratform der Gottesnamen das ist eigentlich eine sehr einfache und klare Methode es gibt auch andere aber das ist eine der einfachsten gut überlieferten und klarsten Formen die Zahlen sind allesamt aus der Sunna-Literatur bekannt aber sie werden eben oftmals nicht sehr sinnvoll ausgewählt das heißt die Zahlen sind nicht zufällig die Aya sind nicht zufällig also nochmal eine der Grundformen ist Wiederholung der Aya anschließend ein Dua wo man die entsprechenden Gottesnamen einmalig verwendet zweite Möglichkeit man schließt nach der Rezitation der Aya noch eine weitere Rezitation der wiederholten Gottesnamen an in der entsprechenden Zahl und dann anschließend macht man ein Dua beides ist möglich dann hänge ich direkt wieder dran Sie haben uns auch in vielen vorherigen Webinaren die Sunnatullah vor allem im Hinblick auf Qadr und Qadr und Qadr glaube ich das erläutert wie beurteilen Sie diese aktuelle Lage auf perspektivische Hinsicht in diesem Zusammenhang also so habe ich es verstanden Qadr und Qadr zusammen ja das liegt nahe weil alles was mit dem Gebiet von Palästina zu tun hat auch irgendwie etwas Endzeitliches hat insbesondere bei Al-Quds aber nicht nur deswegen alle Gebiete die endzeitlich erwähnt sind dazu gehört eben auch dieses Gebiet haben offensichtlich einen Sonderstatus was jetzt aber die konkreten Ereignisse und ihre würde ich mal sagen monströsen Auswirkungen angeht das hängt zum Teil auch mit anderen Plänen zusammen das ist das absolute No-Go ich muss leider jetzt abwürgen es tut mir echt leid es hat mir wirklich Spaß gemacht Alhamdulillah ich konnte selber auch viel mitnehmen und fand das sehr interessant wobei ich sogar schon schade sagen muss dass wir nicht noch mehr machen konnten aber inshaAllah beim nächsten Mal Jazakum Allah Khairan an jedem der zugeschaut hat ich hoffe dass ihr vieles mitnehmen konntet ihr könnt gerne auch Fragen stellen E-Mail schreiben Instagram ihr könnt Kontakt aufnehmen auch Feedback geben was ihr gut fandet was ihr weniger gut fandet vielleicht ist es auch immer schön für solche Streams um sie besser zu gestalten nur durch Kritik wird man natürlich auch besser und um sie Kritik halt zu erhalten haben wir die verschiedenen Plattformen für euch sei es Instagram oder sei es auch per E-Mail oder auch auf den anderen Plattformen mit denen ihr Kontakt aufnehmen könnt deswegen Jazakum Allah Khairan an jedem der sich daran beteiligt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und Barak Allah Fikum für jeden Einzelnen zugeschaltet hat ich danke auch an Achie Abdurrahman und Achie Farid für das Kommen und für das Vorbereiten der einzelnen Vorträge und danke dir auch für die Moderation Amin und gute Gesundheit für den Bruder Farid Danke sehr Assalamu Alaikum Waalaikum Assalamu Alaikum Assalamu Alaikum Assalamu Alaikum Assalamualaikum 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 Vielen Dank.